4, 2, 6 Und ich bin über der Balken fahrer, abkurber und dann halt auf den Kniebleiben. Und dann gucken, was ihr da noch kriegt. Oh, vielleicht war das auch schon da, oder? Nee, wie war das denn? Ja, das ist so. Nee, das ist so. Ja, 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 das ist so. Was ist der Platz hier? Ich brauche halt noch hier. Seid ihr schön wie erst? Sieht doch schon alt aus. Einmal noch mal? Ja. So, da hast du am Anfang schon raus. Ja. Hey Lille, kannst du nachher raus schießen? Krieg soll ich raus. So, da meine ich zu schnell eine Bewegung, aber da liegt die Schnauze. Ich hab's da aufhören, wenn die was gab. Da gibt's noch. Ah, das geht doch eigentlich. Das ist klar. Das ist klar. Das war's für heute. Das sieht ja bei mir noch besser aus. Der Körper blockiert sich dann halt, er geht in eine Stutzhaltung, weil er gemerkt hat, da stimmt was nicht. Okay. 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 Let's go! Auf geht's! Der MSZ Heifold, wir wohnen in Ruhr und so schwarz. Heute, die Nummer 1, Marvin Bleihoff. Die Kühlbox, die es für die Playoffs gibt, bedient heute Robin Becker und wir wünschen uns jetzt... ... 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